Moin moin Freunde. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wildcampen. Plus Buchweizen. Ich hab das so ein bisschen vermischt. Guckt euch jetzt einfach mal seinen Blick an. Ein ganzer Stock, ein ganzer Stamm fängt nicht so gut Feuer und brennt auch nicht so gut an. Wie gespaltenes Holz. Moin moin Freunde. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wildcampen. Ich bin wieder unterwegs mit Django, Hokavango und diesmal wieder im Teutoburger Wald. Aber an einem ganz anderen Fleck. Also ich hab gedacht, wir suchen uns ein schönes Plätzchen in diesem Wald aus. Nein. Zurück. Zurück. Kodate Pahirha. Genau. Hier gibt es sehr sehr viele Bretter. Im Prinzip könnte man sich hier was wegschnappen. Da ist ein großes Waldstück. Da könnte ich auch reingehen eigentlich. Wir gucken gleich mal aufs Navi. Wo genau wir uns befinden. Und dann gehen wir so tief rein wie möglich. Laut Google Earth soll sich hier direkt hinter mir der größte unbefahren Bereich befinden. Wo keine Wege und Straßen sind. Ich bin jetzt gerade noch auf einer Straße. Deshalb denke ich mal, dass wir vielleicht da reingehen. Ach Freunde. Guck mal. Jetzt bin ich hier. Ein bisschen weiter gegangen. Und hier zeichnet sich eine Spur ab. Wahrscheinlich von Schlitten. Ja. Winterberg. Ich bin da. Und was machen wir jetzt hier mit Django? Wo gehen wir hin Django? Komm. Wir gehen einfach mal hier lang. Ich denke mal heute fährt keiner Schlitten mehr. Ja Django. Django. Der läuft schon einfach wieder irgendwo rum. Da ganz hinten. Guck dir das an. Guck dir das an. 200 Meter. Komm zurück. Zurück. Schnell, 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 schnell. Komm, komm, komm. Wir gehen jetzt erstmal diesen Berg hier hoch. Gucken gleich nochmal auf Snavi. Auf die Google Earth Karte. Und ja, vielleicht, vielleicht müssen wir da irgendwo uns verstecken. Und dann mal schauen, wie wir das machen. Ist doch relativ offen hier, das Gelände. Auf Google Earth sah das alles flach aus. Das ist ja voller Beschiss. Meine Herren. Meine Herren. Das ist schon wieder. Da krieg ich wieder so einen Halsstuhl. Berg so hoch. Füße so klein. Boah, jetzt habe ich schon ein gutes Stückchen zurückgelegt. Django Kawango. Der freut sich. Der läuft einfach irgendwo. Weit, weit weg. Weit, weit weg. So. Django ist jetzt weg. Eindeutig. Ich werde ihn nicht mehr suchen. Wenn er weg ist, ist er weg. Ich verstecke mich jetzt einfach. So. Und dann gucken wir mal. Da hässet mich nicht mehr. Wo warst du, hä? Wo warst du, Django? Wir haben jetzt hier eine Seidenstraße gefunden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier war damals wohl auch irgendein Weg. Aber es ist schon lange nicht mehr begangen oder befahren. Wir gehen jetzt hier einfach mal ein Stückchen weiter und gucken dann, wo wir hinkommen. Ein optimalen Platz habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Wo es ein bisschen gerade ist. Wo ein bisschen Holz liegt. Wo es geschützt ist. Das hier. Das hier alles ist mir zu dicht. Da kann ich noch nicht mal mein Zelt aufstellen. Hier. Geht es nur berg hoch. Aber jetzt bin ich schon oben. Und das gefällt mir schon viel besser hier. Flachland und unberührte Natur. Hier sind keine Fußspuren. Außer von Tieren. Wir stellen unser Lagerplatz gleich fest. Wir brauchen genügend Holz in der Umgebung. Damit wir auch genügend Feuer haben über Nacht. Ja. Dann gehen wir vor, Django. Hier. 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 So. Okay. So. Wir sind jetzt gleich da, glaube ich. Ich habe einen richtig schönen Platz entdeckt. Django. Nicht so schnell. Nicht ziehen. Also Fußspuren haben wir hier keine. Guck mal an. Hier wachsen viele Bäume. Hier kann man sich gut verstecken. Hier gehen keine Leute großartig. Ich denke mal im Sommer ist das sowas von zugewuchert. Und jetzt liegen die Halme. Das wird uns zum Vorteil dienen. Denn das gibt nämlich zusätzlich ein bisschen Polster. Django. Komm hier. Warum? Nehme ich eine ganze Kanne mit. Die Kanne ist schwer. Die nimmt viel Platz weg. Thermoskanne. Das hat folgenden Grund. Ich habe keine andere Thermoskanne. Das ist die einzige die ich habe. Zur Zeit. Ich möchte mir eine neue holen. Und wenn du so lange draußen bist. In der Kälte. Wow sehr sehr heiß. Dann ist das gut. Das stärkt. Und das wärmt von innen. Außerdem. Brauche ich mein Wasser nicht ständig abkochen. Und lange warten. Bis mein Tee. Meine Stärkung. Fertig ist. Das ist lecker. Das wärmt von innen. Es gibt richtig schön Wärme. Und. Ich werde vom Schlafen gehen auch noch mal eine Tasse trinken. Natürlich werde ich auch noch was kochen heute. Zusammen mit Django. Was zu essen. Ich habe an Buchweizen gedacht. Mit Fleisch. Anbraten. Ein paar Gewürze mit bei. Zwiebeln. Mhh. Lecker. Ja. Ich habe übrigens auch noch eine PET Flasche mit. Mhh. 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 Da tue ich dann auch heißes Wasser rein. Und tue es dann abends mit in meinen Schlafsack zu den Füßen. Das ist. Mhh. Du schläfst wie ein Baby ein. Mhh. 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 Ja. Schützt vor Regen. Schützt vor Wind. Isoliert ein bisschen. Ist ein bisschen Luxus. So. Musik Wenn ich euch mal einen kleinen Tipp geben darf Wenn ihr draußen schlaft, dann achtet darauf, dass eure Füße möglichst tiefer liegen als euer Kopf Weil wenn ihr mit dem Kopf jetzt, sage ich mal, hier liegen würdet und hier ist ein kleines Gefälle Dann würden eure Füße in der Nacht dermaßen anfangen zu frieren, dass ihr ständig wach werdet Und einfach keinen Schlaf mehr findet, zur Ruhe kommt Deshalb schlafe ich heute hier, Django schläft dann hier Mal gucken, vielleicht will er auch draußen schlafen Mach ich einen Pfeil im Boden, mach die Leine dran, dann kann er auch draußen schlafen Aber ich würde sagen, er legt sich dann zu meinen Füßen, wie immer Und dann passt das schon Es ist bei mir so, ihr müsst euch das mal so vorstellen Das Herz ist die Pumpe, das warmes Blut zu den jeweiligen Gliedmassen pumpt Das Herz ist aber näher zu eurem Kopf als zu euren Füßen Und die Füße und die Finger, das sind die Sachen, die zuletzt dran kommen Also der Körper versorgt erstmal die Innereien und danach kommen die Gliedmassen Und deswegen ist das nicht so schlimm Wenn man mit den Füßen unten schläft, damit das Blut auch nach unten fließen kann Ja, wir gehen ja auch nicht auf den Kopf, sondern auf den Füßen Und so sollte man eigentlich auch schlafen Möglichst In der letzten Folge habe ich mein Werkzeug von meinem Grubenhaus wieder mitgenommen Die Folie wollte ich auch noch mitnehmen Ich wollte jetzt da nicht alles umkrempeln Die war richtig tief, aber da gehe ich noch hin Und nehme die Folie auch mit, weil ich kann damit noch was machen Jedenfalls habe ich ja hier den Rost erstmal so weitestgehend entfernt mit der Flex Und dann habe ich ja hier den Rost erstmalig Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Okay. 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 Das war jetzt gar nicht so einfach, das Feuer anzukriegen. Ich habe glaube ich eine halbe Stunde gebraucht jetzt. Oder sogar länger. Entweder war das Holz zu dick oder es war zu nass. Da musste ich nachlegen. Dünnes Holz. Wieder von Anfang an anfangen. Dann bin ich schon so weit gegangen. Normalerweise klappt das auch immer so mit diesen ganzen Stöckern. Aber ja, ich habe jetzt doch entschieden, dass ich mir ein paar Stück hier von spalte. Weil gespaltenes Holz brennt besser. Das kennt ihr vielleicht auch aus den Läden. Feuerholz, das man kauft, ist immer gespalten. Nicht, weil es besser in den Ofen passt, sondern weil das besser Feuer fängt hier an den Seiten. Ein ganzer Stock, ein ganzer Stamm fängt nicht so gut Feuer und brennt auch nicht so gut an. Wie gespaltenes Holz. So, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Jetzt geht es einigermaßen. Das kleine hier. Das ist eine harte Arbeit. Feuer machen. Die Wikinger oder die Germanen, die Slaven, die Weden, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, die ganzen nordischen Völker, die haben damals Feuer gemacht, indem sie, ja, man weiß es ja schon aus archäologischen Funden, dass die Feuer im Haus hatten. Die hatten keinen Ofen, so wie wir das kennen, sondern, oder vielleicht hatten die irgendwelche Feuerstellen, aber um das ganze Haus zu heizen, hatten die einen großen Baumstamm mitten im Wohnraum. Und dieser Baumstamm hat dann die ganze Nacht durchgebrannt. Ich kenne das selber, wenn ich morgens früh einen dicken Stamm, äh, abends einen dicken Stamm angemacht habe, und dann morgens früh aufwache, im Sommer, wenn es nicht geregnet hat, dann glüht dieser Baumstamm morgens früh immer noch. Naja, der kann dann drei, vier Stunden weiter glühen, dann pustest du zwei, dreimal an, legst ein bisschen Holz drauf und hast wieder Feuer. So brauchten die Urvölker nicht jeden Tag neues Feuer anzumachen, sondern hatten jeden Tag Feuer im Haus. Och? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 10 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, 3 oder 4 Gramm Fett sogar und 70 Gramm Kohlenhydrate. Also steht Weizen oder Gerste oder was es da nicht alles gibt, dem nichts nach. Scheiße. Mann, 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 das schmilzt ja alles. Noch mal Glück gehabt. Noch mal Glück gehabt. Ruhig, Django. Gleich gibt's lecker, lecker. Bisschen warten noch. Ich hätte die rausmachen sollen. War mein Fehler. Ja, Essen ist gleich fertig. Warten wir noch ein bisschen. Und ich hab Django seine Schüssel vergessen mitzunehmen. Wie machen wir das jetzt? Django. Ich hab da eine Idee. Wir nehmen, wir zweckern Fremden einfach diese Folie. und mischen hier sein Futter drauf. Der schlägt das alles ab, dann ist das wieder blitzblank. Kein Problem. Django, wir machen für dich gleich was Schönes, Leckeres. Ah, das hast du noch nicht gesehen, so was. So, Django hat jetzt sein Hundefutter hier drin, plus Buchweizen. Ich hab das so ein bisschen vermischt. Und das ist jetzt richtig lecker für ihn. Glaube ich zumindest. Sonst ist er das auch immer. So. Und gleich, vielleicht kriegst du morgens früh dann, vielleicht esse ich das heute gar nicht, meine Portion, Sondern nur das Butterbrot, ein bisschen was Süßes. Und vielleicht kriegt er dann morgen noch ein bisschen davon, zusammen mit Fleisch. Und jetzt guckt euch einfach mal, guckt euch einfach mal seinen Blick an. Django, mit deiner Saba. Also, ich zeige euch jetzt mal mein Zelt. Hier habe ich einen Schlafsack, der ist bei plus 5 Komfortzone. Das heißt, erst bis 5 Grad plus ist es noch komfortabel. Also, alles darunter merkt man schon. Ist unangenehm. Deswegen habe ich ja heute auch ein Zelt mit. Dann habe ich zu dem Schlafsack eine zusätzliche Decke, meine Schlafdecke. Die ist sehr, sehr warm. Die ist ähnlich aufgebaut wie ein Schlafsack. Und die hält sehr gut die Wärme, obwohl sie nicht so schwer ist, die Decke. So, dann natürlich Isomatte. Dann das Zelt. Mit zwei Wänden. Hier auf das Zelt habe ich nochmal eine Decke draufgelegt. Damit die Wärme ein bisschen aufgehalten wird, die nach oben steigt. Und nochmal eine zusätzliche Plane. Also, wir haben hier drei, vier Lagen. Klar, die Seiten sind auf, aber die Wärme steigt ja meistens nach oben. Und jedenfalls erhoffe ich mir dadurch ein bisschen Wärmeisolierung. Und, ja, denke ich mal, wird alles gut. Ja, das Feuer, das ist hier wieder so ein Scheiß. Geht einfach nicht an. Na ja. So. Wir machen uns jetzt vor dem Schlafen noch ein bisschen was zu essen. Komm schon. Mit ein bisschen Schweinefleisch. Und hierbei, bei diesen Konserven, gibt es einen guten Trick. Wenn man nicht weiß, wie man das Fleisch schneiden soll, dann mache ich immer ein paar Schnitte hier rein. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten zeige jetzt. Ja, hier. So. Quasi wie eine Pizza. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Weil das Fleisch jetzt sowieso ein bisschen härter ist. Und dann haben wir schon unsere Stückchen. Alle fertig. Wenn wir die raus machen. So. Und dann so nochmal quer. Alle. Schön an. Guck mal, wie das gut wird. Wie viele Stückchen Fleisch wir haben. Kleingeschnitten. Alles in der Dose. Was ist möglich mit einfachen Mitteln. Sag ich immer wieder. Guck mal, wie das schön läuft hier alles. Ja. 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 Super. Ja Leute. Wir essen jetzt gleich. Meine Batterie ist auch schon leer. wieder. Und dann gehen wir schlafen. Ich würde sagen, wir sehen uns am Morgen. Früh nochmal. Wenn wir uns fertig machen, nach Hause gehen. Vielleicht erwartet uns dann noch irgendwas. Mal gucken. Gute Nacht. Und einen frischen Gruß. Herr Docher. Absolut. Mein Essen brennt an. Bis morgen. Moin. Hier setze ich den ganzen Dunst ab. Und tropf dann. Wieder runter. Hier. So. Das Gute hier. An der Thermoskanne ist. Och. Das ist immer noch heiß. Die ganze Nacht gestanden. So. Erstmal. Ein Tee. Ich gucke mal, was jetzt draußen abgeht. Sieht so aus, als hätte es wieder geschneit. Oh. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen hat es geschneit. Oh. Kalt ist es. Kalt, kalt, kalt. Ich und Django machen uns jetzt fertig für die Heimreise. Das war mal wieder eine schöne, kalte, frostige Nacht im Freien. Erstaunlicherweise war es doch angenehm warm im Zelt. Ja. Es war ein gelungener Abend. Wenn es euch gefallen hat, ein bisschen zuzuschauen, ein bisschen zu entspannen, vielleicht auch was mitzunehmen, dann lasst mir einen Daumen runter und ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich in einer meiner nächsten Folgen. Einen frischen Gruß. Na doch, absolut. Wir sehen uns. Und wir sehen uns. Untertitelung. BR 2018